Bei der Sensor Probe 2 des renommierten Herstellers Access Pro handelt es sich um ein autark arbeitendes Überwachungsgerät mit Anschlussmöglichkeiten für bis zu zwei intelligenten Sensoren. Die Sensor Probe 2 ist netzwerkbasierend und SNMP-kompatibel. Per Black & Play wird jeder angeschlossene Sensor automatisch erkannt und im Webinterface der Sensor Probe 2 aufgelistet. Zusätzlich verfügt die Sensor Probe 2 über einen integrierten Datenlogger, der die Messdaten auch grafisch anzeigen kann. MIP-Files und SLP-Tools sind im Lieferumfang dieses Monitoring-Systems enthalten, sodass eine Einbindung in Netzwerkmanagementsysteme wie Nagios, OpenNMS, HP, OpenView oder WhatsApp Gold problemlos möglich ist.